Willkommen bei Authentic Cinema. In diesem kurzen Video zeige ich Ihnen unseren aktuellen Referenzplayer in der jeweiligen Preisklasse bzw. deren Anwendungsbereich. Der D9D CD1600NE in der modifizierten Version ist unser Flaggschiff für hervorragende CD- und SACD-Wiedergabe. Preislich deutlich darunter angesiedelt ist der Oncure C7030 als CD-MP3-Player, modifiziert mit Horwege Master Clock bestückt, eine Wucht in der Preisklasse bis 1200 Euro. Unsere absolute Bild- und Tonreferenz für die UHD- und Blu-ray-Wiedergabe ist der Panasonic DP-UB9004 mit Modifikation. Dicht gefolgt von dem kleinen Bruder, dem Panasonic DP-UB824, der im Bild ganz dicht dran bleibt und im Ton minimal zurückstecken muss. Als Kombi-Player für UHD, Blu-ray und SACD bieten wir den modifizierten Pioneer UDP LX500 an, der ebenfalls erste Wahl für alle Besitzer eines Pioneer Receivers ist.